Er ist die erste, dann die zweite und dann gleich zwei auf einmal. Ich denke, was? Wer ist denn das hier? Ja, ja, ich bin's, Junge. Ich bin's nicht. Ja, komm, schnell! Ach, Alter, was ist denn hier los? Ich bin auf dem Highway. Wie ist er denn? Ich bin da, klein. Ich höre ganz viele Bullen. Er war in der Luft und ich steig ein. Geil. Die Absicht, dass so viele Bullen hier so rumäugeln? Nein, komm. Du musst crazy denken. Hallo, was ist nie los? Ja, du musst jetzt einsteigen, ich hab jetzt hier... Ahah, aha. quand! Alter, was ist hier los? Um, hoch! Hahaha, Alter! Was ist denn dieкр frankenzen? Kann ich schießen... ...Jetzt? Ne. Ich nicht, doch! Ich kann schießen! ...Wut, wut, wut! Wut, wut, wut.. die hoch jetzt sieht automatisch hoch eigentlich wir haben die scheiß Helis gegen die Felsen zu fliegen oder so boah hat er dich erwischt ähhhhh alter jetzt ihr Onkel hat dich weggesprengt tja ja das stand hier Katerbusch ok äh wo kriegen wir jetzt den nächsten Heli her du bist gut du stehst ja schon fast Alter wo sind wir denn jetzt alter irgendwo ADW eh 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 komm hier nicht hoch alter Aua Aua auf einmal ist meiner Schnatter gerannt ich hab nur Kreis gedrückt auf einmal rennt der los Kreis? Ach Kreis ist ja auch schlagen Kreis und E1 aber Kreis wie siehst du halt direkt das Ziel an was da in der Nähe ist was da in der Nähe ist Aua Hahahaha diese Drecksau Hahahaha aber schönes Auto kann man nehmen weißt du wo noch Heli steht? Ehm Ehm Also müssen wir jetzt wieder zur Pflug haben Ehm hier ich bin normalerweise Ehm bei Trevor da oben Hier so bumm der Trevor da oben normalerweise Flug kann man ja dann holen Flug kann man ja dann holen Weil dann müssen wir nicht runter in die Stadt wirst du Ja Kannst du aber auch mal gucken bei dem anderen Flugplatz der der gleich davor ist Wurts vor Trevor sein Vielleicht steht da einer rum Und so steht da auch mal einer Ok das wird auch Ich dachte fährst du einfach mal gerade aus Ich dachte fährst du einfach mal gerade aus Nein lass dich mal machen Ich füll derweil meinen Tabak nach Das ist schon echt schick hier um die Landschaft und so Das ist schon echt dann Boah Er achtet einfach nur auf die Straße anstatt nicht Ehm anstatt nicht ja Oh mein Gott Bruder Oh Ja der vibriert Oi Und ich hab den ja auf dem Schoß sitzen Oi Na Ja liegen kann man ja schlicht sagen Was Boah Oh da gibt's ja Einen halben Ogasmus Aber das Ding wie Aber das Ding vibriert Alter wie bescheuert Das ist der Obasmus Das ist der Obasmus Oh Oh das machst du mit Absicht Soll ich öfter mal machen Wah crazy Gefällt dir Nein Warte mal gibt's Haben wir eigentlich neue Lacken Reingucken mit Ammoniesen Boah selbst wenn du abbremst Äh Ich hab das Scheiß Ding Ja Gucken wir morgen was neu haben Türf Na alter was geht ab Boah ich hab jetzt alle Waffen irgendwie Hä Ne jetzt doch nicht Fallschirm Sturmgewehr hab ich Ich kann einen blauen Fallschirm für 18.000 kaufen Ich hab jetzt ein Sturmgewehr Wie kann ich eine neue Fallschirme kaufen Also mehr wie einen Schauspieler Wozu es neu haben Ja Falls ich mal meinen Fallschirm brauche Weil sonst muss ich mehr neu kaufen Schauspieler Cool nehm ich Du musst alles noch nicht freigeschalten Ey was Ja Halt auf die Kasten denn die Schüsse Oh meine Schrotflinte ist sowas von voll alter voller Gehts schon gar nicht mehr Tränengas Granate Nehm ich Für Granaten kann man hier rufen Voll Ja Welche Pump action Auch der wir schon lange Mit Schalldämpfer Ach das ist die an die Die hab ich ja schon Ewigkeiten Bis dann die Ich komm jetzt ein Messer hier gerufen Und ein Schlagstock Das hab ich auch schon Ewigkeit Ja Tränengas Hab ich schon Wie siehts denn hier aus Wie siehts denn hier aus Ich hab jetzt Granaten Und Dings Und bumm Und Und bumm Und bumm Und Und bumm Genau Zielfernrohr Ach der Blue ist ja auch hier der Sack Panzerung 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 Leichte Panzerung Leichte Panzerung Leichte Panzerung Leichteste leichte Standard 300 So Sack Haftbombe Granaten Füllen wir jetzt alles auf Ja Drehen Gas Das sieht aber doof aus mit der Panzerung Das sieht ja kacke aus Daku Lederjacken Jeansjacken Sieht echt doof aus mit der Panzerung ne Da ist doof aussieht Kann man die irgendwie wieder weg machen So Muss nicht mit mir reden Selekt muss lang select drücken und dann musst du unter Inventar Musst du deine Panzerung einfach ausziehen Braut nicht so gehts auch Hallöchen Hallöchen Arsch Du bist echt ein Arsch Ich kann euch jetzt zum Beispiel auch Bargeld geben Das wäre doch für mich Ich könnte mal was trinken Ein bisschen Energie aufladen Weil ich hatte ja schon Ich mach mal den Laden dreckig Ich kann kein Pisswasser trinken Ich kann mal ne Ich bin glücklich Ich bin glücklich Hemden Spieler hervorheben Was ist das denn? Ich kann gar nicht rauchen, wieso gar nicht keiner rauchen, wo sind meine Kippen hin? Finde ich gar nicht mal so schlecht, dieses hässlich, ach kann das nämlich. Ich hab Fällschirmen, ich hab keinen Fällschirmen, ich hab keinen Fällschirmen, ich hab keinen Fällschirmen. Ja, Inventar, Dings, kannst du an, aus, an, aus, an, aus. Wo sind meine Kippen? Das ist ja Beschiss. Ich hab doch sonst noch mal Kippen gehabt, wo sind die hin? Hm. Es steht auch nicht rauchen oder so, das stand ja sonst immer da. Umbringen, Passivmodus, Cola trinken, Pinkelfinger, Bixar, Bixar. Bixar. Wie ging denn das mit den... Ein langer Select. Achso. Da war doch auch Rauchen mal da. Du musst dir Inventar und deine Zigaretten, du Nase. Ich bin da. Ja und? Ist nix. Kippen, steht da unten. Steht nur Rauchspüren. Steht nur Rauchspüren. Ich kann Rauchspüren. Rauchspüren. Siehst du es? PS und Qs. Du kannst nur Rauchen und ich nicht. Weil du keine Kippen hast. Weil die Kippen wahrscheinlich alle sind. Was sind die? Im Geschäft, im Laden, im Markt. Muss ich denn doch kaufen? Klar. Kauf doch hier die Kippen, die klau ich dem. Da hin? Ach so. Jets Clown, glaube ich. Ich habe noch viele böse 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 Waffen. Ich habe noch Scharfschützengewerke kauft. Ich habe mir eine andere Waffen aufgelöst. Wissen da oben für Symbole? überlebenskampf und wenn du jetzt praktisch genau geradeaus fährst kommst du auch zum anderen flugplatz genau geradeaus meine ich jetzt wirklich ein paar weiter wer fährt hier eigentlich gerade jetzt die seitenstraße da nimmst die gleich kommen dann kommst du zu dem anderen flugplatz immer gerade geradezu gucken wo die straße ist guck mal der weil das richtig immer geradezu jetzt rechts links geradezu links links dieses müsste es eigentlich sehen es steht da ja ein helium vielleicht aus mir durchfahren genau kürze gibt es natürlich auch natürlich die karre folge schrottet aber sogar umsteigen ja so war gerade ein motorradfahrer habe ich mich jetzt verguckt ich weiß es nicht ich glaube ich habe aber auch hier gesehen wieder bloß flugzeug 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 hat sich voll in dem in dem raum überschlagen warte pass auf gang war hier gut wis ja 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 wir